Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Shiny-Bling-Bling-Rahmen in Qualität und komischem Licht. Und zwar heute am 10.08.2014. Ich habe mir die Themen in einer höchst sinnfreien Reihenfolge aufgeschrieben, deswegen versuche ich das mal ein bisschen näher zu ordnen und nichts zu vergessen. Und zwar ist nächste Woche die Gamescom. Da hupt jemand draußen. Er findet, er stimmt mir zu. Ist die Gamescom und zwar habe ich ja schon gesagt, ich bin nur am 15. da, nur an dem Freitag. Das stimmt auch immer noch. Und deswegen gibt es da auch nur einen Treffpunkt, weil ich eben nur einen Tag dort bin. Gibt es nur einen Treffpunkt, wo ihr mich dann treffen könnt. Also einen zeitlich festgesetzten Treffpunkt. Vielleicht kommt da über Twitter dann spontan noch ein anderer oder sowas. Vermutlich wird es aber bei dem einen Treffpunkt bleiben. Und zwar um 15 Uhr am Freitag das Ganze. Am Nordeingang, beziehungsweise Nordeingang, da ist ja dieser kleine Bereich da. Entweder da in dem Hinter-, also in der Messe drin am Nordeingang. Oder das Gelände, was da als nächstes direkt draußen ist. Von daher, wenn nicht direkt an dem Nordeingang wieder sind, sondern draußen, dann müsst ihr da halt einfach mal schauen. Das liegt hier nur ein paar Meter auseinander. Einfach mal gucken. Und das solltet ihr dann hinzukriegen sein. 15 Uhr das Ganze. Falls ihr nicht wisst, wo der Nordeingang ist oder sowas, schaut auf der Karte nach. Bei der Messe ist alles beschildert und richtig gemacht und sowas. Ich weiß nicht, welche Halle da direkt neben ist. Aber ihr findet das schon. Ja, das kriegt ihr hin. Da ist auch dann das Pressezentrum da. Und dann die ganzen Geschichten halt. Das da zu 15 Uhr, Freitag. Ich hoffe, ihr seid da. Ja, ansonsten, falls ihr nicht zu dem Zeitpunkt kommt, aber ihr mich sonst da auf der Messe herumlaufen seht, dann könnt ihr mich natürlich trotzdem gerne anquatschen. Das ist alles kein Problem. Dafür ist man ja da. Einfach anquatschen. Einfach hier einmal so. Chip, chip, chip. Hey, du da. Und dann passt das Ganze schon. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da treffen. Und bin ich mal gespannt. Die letzten Jahre, die letzten beiden Jahre, wo ich da war, war es wirklich cool. War immer einiges los. Es war immer eine ganze Menge Mittreffen und solchen Geschichten am Start. Von daher freue ich mich, dass es diesmal wieder der Fall ist. Leider halt nicht die ganze Woche lang. Aber es war so der einfachste Weg, sag ich mal, das so zu machen. Ansonsten, was gibt es noch? Achso, ich habe mir überlegt oder ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Es gibt ja viele, viele Statistiken von Google selber, von YouTube. Hier die ganzen Analytics-Krams und sowas. Und ich beobachte das direkt auch selber. Das Facebook, die Seite, da ist... Ich selber bin da ziemlich selten. Ich verlinke da immer die ganzen Folgen und lese mir da die Kommentare durch. Und was auf die Seite und sowas drauf geschrieben wird. Aber ich nutze die sonst eher wenig aktiv. Genauso wie auch im Privaten. Ich das eigentlich überhaupt nicht nutze. Und deswegen ist die Überlegung... Weil auch von euch ziemlich wenige Leute die Seite zu nutzen scheinen. Die Like-Zahlen gehen irgendwie stetig immer so ein bisschen runter. Da merkt man das. Also insgesamt von der Seite, jeweils von den Beiträgen her, sind es da irgendwie auch immer so eine winzig kleine Handvoll Likes und Kommentare. Und im Prinzip ist da nichts los. Deswegen, ich habe auch dann in den Analytics halt feststellen können, dass das wirklich winzigste, winzigste aller Klicks direkt von Facebook kommen. Also Views auf den Videos. Deswegen da zum Beispiel irgendein StarCraft Video hatte irgendwie 3500 Views. Es waren irgendwie 20 bis 30 Views insgesamt, die von Facebook kamen. Oder die zumindest da von Facebook nachverfolgbar sind. Vielleicht sind es mehr. Das weiß man nicht. Das kann man halt... Also ich kann ja aus den Analytics nur das rauslesen, was da steht. Wenn da irgendwelche Verfolgungs-Entfolgungs-Geschichten dann plötzlich passieren und nicht kontrolliert werden kann oder nicht überprüft werden kann, von wo denn die Klicks eigentlich kommen, wird es halt ein bisschen schwierig. Von daher kann ich mich eigentlich nur auf diese Werte beruhen und natürlich auch auf die Likes, die halt auch ziemlich schwach sind. Und deswegen ist eine Überlegung, die ich mir überlegt habe, deswegen heißt es Überlegung, dass ich dort nicht alle Folgen verlinken werde. Es war zwischendurch ja immer mal, dass ich welche vergessen habe. Im Moment... Die letzten Wochen, Monate habe ich immer alles vorgeplant oder zumindest großteils alles vorgeplant. Das heißt, die Folgen, die Verlinkung kam immer ziemlich zeitnah zum Veröffentlichungszeitpunkt des Videos selbst, das heißt meist fünf Minuten später und dann war alles gut, ist die Überlegung, ob ich das so mache, dass ich wirklich nur wichtigere Sachen dort poste. Das heißt, erste Folgen irgendwo von irgendwelchen Stream-Starts, wann die sind, irgendwelche anderen Ankündigungs-Geschichten, irgendwelche anderen Sachen, die halt nicht normale Folgen sind. Das heißt, nicht alle 50 Folgen eines Projektes werden dort verlinkt, sondern die erste Folge. Das heißt, man wird ja nicht voll gespammt auf der Seite. Man hat nicht jeden Tag irgendwie vier, fünf, sechs Beiträge, was einfach nur Folgenverlinkungen sind, sondern hat dann, was weiß ich, alle paar Tage mal irgendeinen Beitrag, der auch interessant sein könnte, weil es halt nicht nur Folgen sind. Weil, wenn ich einfach nur Folgen sehen will, dann gehe ich direkt auf YouTube selber. Ziemlich einfach, da ist alles zu finden. Natürlich gibt es noch ein, zwei, drei Leute, die über Facebook das alles sehen, aber ich sag mal, wenn ihr irgendwelche Folgen da schauen wollt, dann geht direkt auf YouTube oder auf Twitter halt dem Update-Kanal folgen. Das ist, also AdRamUpdates, da findet ihr auch immer die ganzen neuesten Folgen. Das ist alles automatisch verlinkt, da könnt ihr gar nichts verpassen. Twitter bin ich eh viel aktiver, deswegen ist Facebook... Ist halt da. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Es sei denn natürlich hier irgendwie große Aufständen von wegen ja, keine Verlinkungen mehr, dann ist es natürlich eine Überlegung, sich das wieder umzuändern. Aber wie gesagt, das ist wirklich so ein winziger Teil, der das tatsächlich nutzt. Deswegen dann lieber die Seite dafür nehmen, dass man wirklich interessantere Beiträge da postet, als einfach nur die ganzen Folgen hinschaufeln. Deswegen ist das eine Überlegung. Ich hoffe mal, ich mache in die Videobeschreibung hier unten einen kleinen Straw Poll, eine kleine Umfrage. Direkt in der ersten Zeile könnt ihr dann draufklicken und da abstimmen, ob nur die ersten Folgen oder alle Folgen oder euch Facebook sowieso vollkommen schnuppe ist. Das dürft ihr gerne machen. Bitte alle, also möglichst viele bitte da abstimmen, weil nur wenn möglichst viele etwas abstimmen, kann man auch sicher sein, dass das ungefähr von den Werten her stimmt. Wenn da tausend Leute sind, die befragt werden und nur drei stimmen ab. Und alle drei sind die, die zufällig für das eine abstimmen und alle anderen 997 sind für das andere. Dann bringt die Umfrage ziemlich wenig. Goodie, das dazu. Ansonsten, es gehen... Also heute kommen nur zwei Let's Play Folgen und dieses Video hier. Und zwar sind das natürlich Minecraft und TrueBrander 4. Das kommt alles fleißig vor sich hin. Warum es nur zwei sind und nicht wie vier bis fünf die letzten Tage, weil zwei Projekte zu Ende gehen. Wings of Liberty, also StarCraft II Wings of Liberty ist zu Ende seit gestern. Und da wird wahrscheinlich ab morgen, am Montag, Heart of the Swarm folgen. Das heißt die Kampagne zu Heart of the Swarm. Ich bin sehr gespannt. Habe es selber noch nicht gespielt. Habe natürlich das Spiel schon mal gespielt. Klar ist immer noch StarCraft II. Obwohl ich halt bei den Zerg höchst, höchst, höchst wenig gespielt habe. Deswegen bin ich mal gespannt, was die Kampagne mir alles beibringen kann. Ab morgen das Ganze, wenn ich das heute noch aufnehme. Ansonsten kommt es Dienstag spätestens. Das und noch zu Ende ging... Äh, was ging da noch zu Ende? Aperture Tag. Aha. Es ging auch zu Ende. Zehn Folgen sind es nur geworden. Was da als Nachfolger kommt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich, also es wird im Laufe der Woche noch ein... Also ich denke mal, dass ich das schaffe. Im Laufe der Woche noch ein weiteres Projekt anfangen. Und ich schwanke halt zwischen so ein paar Sachen. Eventuell wird es Doom 2 werden, dass wir das nicht so Ewigkeiten aufschieben. Weil den ersten Teil haben wir gemacht, da haben wir einige von euch zugeschaut. Und haben gesagt, jo, zweiten Teil werden wir auch gerne sehen. Ähm, wird dann aber auch... Also für die Leute, die schon unter Doom 1 gesagt haben, ja, die BFG Edition ist nicht so geil. Muss ich sagen, das stimmt auch in ziemlich vielen Punkten, dass die halt nicht wirklich original ist. Und nicht wirklich, gerade von der Musik her, nicht unbedingt das ist, was man hätte rausholen können. Solche Geschichten auch, dass irgendwelche Spielinhalte und die ganze Grafik verändert wurde. Ähm, trotzdem werde ich auch vom zweiten Teil von Doom 2 die BFG Edition spielen. Weil ich hab die halt da und die anderen ganzen Sachen nicht. Und ich hab, äh, keine Lust mal in mir da irgendwie, was weiß ich, wie viele Sachen da anzueignen und zuzulegen. Und dann hier rum zu fummeln. Deswegen, äh, der wesentliche Geist von Doom wird auch im zweiten Teil in der BFG Edition noch sein. Und, äh, Spielbarkeit und alles ist ja gegeben und funktioniert. Man sieht die ganzen Level, wie sie sind, man sieht die ganzen Gegner, wie sie sind, die ganzen Waffen. Von daher wird da alle schon mit drin sein. Und deswegen wird es auch da dann wahrscheinlich die BFG Edition geben. Wann denn genau das losgeht, kann ich noch nicht sagen. Aber es wird im Laufe der Woche, denke ich mal, sein. Ja, doch, es wird Doom 2 sein. Mhm, 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 mhm. Und dann überlege ich mir andere Sachen für später. Ähm, ansonsten, äh, Livestreams gab es einige in letzter Zeit. Und zwar haben wir jetzt insgesamt komplett durchgespielt tatsächlich schon. Crisis 2. Das haben wir am Donnerstag, war das komplett durchgespielt. Das heißt, da war nochmal so ein fünfeinhalb Stunden Livestream. Äh, haben wir, glaube ich, bis halb zwei oder sowas gemacht nachts. Haben wir komplett durchgespielt. Äh, nettes Spiel. Ähm, Crisis 2. Deswegen, das ist schon wieder abgeschlossen. Es waren jetzt irgendwie nur drei oder vier Livestreams, was wir dazu gemacht haben. Ähm, das heißt, ich bin auf der Suche oder ich gucke mich nochmal ein bisschen um nach neuen Projekten, die man da machen könnte. Ich habe noch so eine ganze Liste. Von daher braucht ihr keine Vorschläge machen. Sondern, äh, ich muss einfach mal selber schauen, worauf ich hier Lust habe. Was aber kommen wird, ist, äh, die nächste Woche. Also jetzt ab morgen. Morgen wird es einen Livestream geben, 19 Uhr Montag, äh, zu Minecraft Creative Mode da wieder ein bisschen herumbasteln. Haben wir ja schon eine Langeweile nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht das fortführen, was ich da schon gemacht habe, diese Burgfestungsgeschichte da. Wahrscheinlich nicht weitermachen, weil es ist halt alles schon, da waren wir im letzten Mal schon von den Ideen so ein bisschen schwierig, wie man das fortsetzt, wie man das zu Ende bringt, weil die Planung da irgendwie ein bisschen unsinnig war. Deswegen da wahrscheinlich irgendwas Neues anfangen, irgendein neues Gebilde, irgendwas in der Art. Ähm, morgen ab 19 Uhr das Ganze auf twitch.tv slash Rahmschnitzel. Und am Donnerstag wird es keinen Livestream geben, weil ich den nächsten Tag um, ja, spätestens 4 Uhr morgens aufstehe. Oder 3 Uhr. Ich weiß es nicht. Und dann geht es halt nach Köln hin, ähm, für den ganzen Tag. Deswegen wird es am Donnerstag keinen Stream geben, weil ich muss auch noch irgendwann schlafen. Deswegen, äh, Montag wird es einen Stream geben. Ansonsten, ich denke mal, den Rest der Woche eher nicht so. Ansonsten gibt es wahrscheinlich genügend Sachen, die man sich anschauen kann von der Gamescom, dass da irgendwie noch von den Pressekonferenzen, ich weiß nicht, ob die gestreamt werden. Ich vermute mal. Äh, kann man sich da genug anschauen. Von daher werdet ihr schon genügend Zeugs finden und genügend Videos auch zum Anschauen haben und es wird immer genügend da sein. Deswegen diese Woche ein bisschen weniger Streams. Nächste Woche dann wieder das ganz normale Programm oder halt noch ein paar Spontan-Streams. Vielleicht kommt am Wochenende nochmal ein Spontan-Stream, aber wahrscheinlich eher nicht. Guti. Ich glaube, das war's. Es waren auch zwölf Minuten jetzt immerhin schon. Und hab ich was vergessen. Äh, Starcraft 2 ab morgen. Äh, Doom 2 ab irgendwann bald. Freitag um 15 Uhr. Nordeingang. Treffen auf der Gamescom. Ähm, also drinnen. Nicht draußen, ne? Und, ja. Montag Livestream, Donnerstag keiner. Facebook. Bitte, bitte, bitte abstimmen da unten. Wäre ganz sinnvoll, wäre ganz wichtig. Ähm, achso, Magica ist erstmal pausiert, weil der Fresh Friends, der ja auch damit macht, äh, mit seinem Studium beschäftigt ist. Das heißt, wahrscheinlich irgendwann erst September wird das weitergehen, wenn wir da wieder Zeit und Muße haben, gemeinsam das alles aufzunehmen. Weil das Spiel ziemlich herumgezickt hat bei uns, weil wir das nicht ordentlich im Multiplayer spielen konnten. Über die Netzwerkgeschichten und, äh, bevor wir da nochmal irgendwie zwei Stunden versuchen, um was aufzunehmen, was das letzte Mal schon war. Und genau null Folgen dabei rausbekommen haben, äh, wollte der Franz dann noch lieber, dass er die Zeit in was Sinnvolles investiert. Ist, glaube ich, verständlich. Von daher, das Projekt erstmal pausiert. Ansonsten, wie immer, ähm, kommt Minecraft zwischen 14 und 15 Uhr und Tomb Raider um 16 Uhr. Und der Rest wird folgen. Wie es mit Portal 2 aussieht, da kam ja die letzten zwei Wochenenden jetzt auch nix hier. Äh, hoffe ich mal, dass wir da wieder was aufnehmen können. Es wäre schade, wenn wir nicht einmal die 300 Folgen knacken würden. Na ja, von daher, da kommt noch was, wenn wir den aufgenommen haben. So, genug geredet und gelabert und lamentiert. Und, äh, wir sehen uns morgen im Stream mit Minecraft Bastelmodus Creative Mode hier. Äh, oder aber in den Folgen ganz normal. Oder aber am Freitag würde ich mich wirklich freuen. Ähm, wie gesagt, entweder das Treffen oder einfach so anquatschen, wenn ihr mich entdeckt und ich nicht gerade an irgendeinem Galgen hänge, zum Beispiel. Na, das wäre ein Grund, wann man mich nicht ansprechen sollte. So. Vielen Dank und, äh, bis bald! Tschööööööööööööööch Vielen Dank.